Die Partner-Handwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Ob zeitlose Fensterfronten oder solide Haustürn aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Überall im Fichtelgebirge und in weiterer Umgebung stößt man auf Produkte der Schreinerei Flesser. Der seit 1995 bestehende Meisterbetrieb rund um Florian Flesser hat sich nicht nur dank seiner Arbeiten im Außenbereich einen Namen gemacht. Auch die Leistungspalette für innen ist beachtlich. Das Angebot reicht von Zimmertüren über Böden und Decken bis hin zu Küchen für jeden Geschmack. Zudem wurden bereits unzählige Wohnräume durch die selbstgefertigten Möbel in Massivholzqualität verschönert. Reparaturen durch den Kundendienst gehören ebenfalls zu den Leistungen. Zuverlässigkeit, Top-Qualität und faire Preise sind die Eckpfeiler des Unternehmens, wodurch sowohl die Anzahl der Stamm- als auch die der Neukunden stetig wächst. Schreinerei Flesser in Zell im Fichtelgebirge – eine Empfehlung der Partner-Handwerker-Redaktion. Deine RS-Ligerikos-Flo